Hallo, grüßt euch. Ich bin schon über 10.000 Abonnenten und da haben wir ein super D-Link. Ah, nicht super. Stimmt nicht. Das ist ein, ich möchte schöne Worte benutzen. Das ist ein nicht nutziges Router von D-Link. Also das habe ich gekauft vor drei Monaten. Einmal habe ich zum Service geschickt, weil die WLAN ist immer untergebrochen, also ist getrennt und es war mehrere Probleme. Dann habe ich per Post einen neuen D-Link bekommen. Den ersten Post war kostenlos zurückzuschicken. Ist egal. Diesen Ding kostet circa 30, 40 Euro zusammen. Also das erste Mal zum Service habe ich kostenlos zurückgeschickt. Dann habe ich einen neuen reinbekommen. Entschuldigung. Und das Problem war, dass bei dem zweiten Mal, was meint ihr, was ist passiert? Super. Beim zweiten Mal, bei diesem wunderschönen Super-Router. Eine Woche hat es funktioniert und dann hat gar kein Port erkannt. Also habe ich den UTP, sogenannten LAN, einen reingeschickt und es hat nichts rausgeschrieben. Also könnte ich in Webrose nicht öffnen von der D-Link diesen Einstellungen. Und super. Zum zweiten Mal habe ich zurückgeschickt und dann habe ich erfahren, es ist nicht kostenlos zum Zurückschicken zum Service. Ich musste bezahlen circa fast fünf oder sechs Euro, weil es war größer wegen diesen Schachtel und also dieser Router hat einmal eine Woche funktioniert und dann circa fünf Tage. Und das Zurücksenden war noch fünf, sechs Euro. Also ich empfehle euch das nicht zu kaufen, weil das ist ein unnützliches, schlechtes Router. Also ich empfehle euch eine TP-Link oder wenn ich mal echt Geld rauszahlen will, dann solltet ihr eine Linksys kaufen. Also von Linksys Geräten habe ich gute Erfahrungen und ich habe auch D-Link habe ich auch einen 100er Switch. Also das ist die DS1024D und das funktioniert einwandfrei. Die Switch, die Router von D-Link, das könnt ihr vergessen. Also das ist eine Spielerei, hat keine Softwareversion erneuert, auch von 2013 oder 2014. habe ich natürlich nachgeschaut bei D-Link. Das ist die D-Link Tier 842 und da könnt ihr schon den Softwareversion und den Namen sehen. Den Passwort könnt ihr vergessen, das werde ich mal umtauschen, aber ich überlege mal das zu verschenken oder vertauschen oder bei eBay Kleinanzeige etwas Nützliches zu tauschen, weil das ist eine echte Witzkategorie, dieser Router. Also was noch wert ist, vielleicht der LAN-Kabel oder den Adapter oder etwas, also weil das lohnt sich nicht. Also Finger weg von diesem D-Link Router. Ich hoffe, habe ich euch geholfen und vergesst nicht zu kommentieren, was ist eure Meinung oder hat diesen Router schon selbst zu Hause und funktioniert anwandfrei? Das vergesst ihr nicht, mal zu kommentieren und vergisst nicht liken, das ist wichtig, auf like klicken, klick, 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 like und abonnieren. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Goodbye. Pardon. Du bist reagiert. Du hast die Laut.